Lange bevor die ersten Menschen auf der Erde weilten, die von Gott aus mit freiem Willen und Verstand ausgerüstet waren, existierten schon menschenähnliche Geschöpfe, deren Aufgabe darin bestand, die Erde tauglich zu machen für die nachfolgende Menschheit. Sie verrichteten instinktmäßig, d.h. von dem Naturgesetz getrieben, Arbeiten, indem sie sich betätigten, um sich zu erhalten, sie sammelten Früchte, ernteten Ackenzeugnisse und erbauten sich Wohnungen, sie taten alles, was ihnen instinktmäßig zum Vorteil gereichte. Doch sie konnten nicht für ihr Tun und Lassen zur Verantwortung gezogen werden, weil in ihnen noch nicht ein Wesen verkörpert war, das alle Partikelchen eines gefallenen Urgeistes in sich barg. Es waren diese Wesen schon sehr den Menschen ähnlich, sie waren körperlich von der gleichen Gestalt, doch sie waren weder ich bewusst, noch konnten sie sich untereinander verständigen, nur war das Verlangen in ihnen stark, sich zu erhalten, und sie erreichten oft ein hohes Alter, sie dienten gleichsam in der Schöpfung, in dem sie zur Umgestaltung der Erdoberfläche beitrugen, die stets mehr zubereitet wurde, um nun den Menschen einen Aufenthalt zu bieten, der ihren Bedürfnissen entsprach. Doch es war jenen Wesen noch keine Aufgabe gestellt, sie dienten lediglich den noch nicht ganz vollendeten Urgeistern als letzte Ausreifungsmöglichkeit, die sie dann als Mensch mit freien Willen und Verstand fortsetzen sollten. Es konnten also diese Vormenschen, die Präadamiten, nicht als rechte Menschen angesehen werden, denn ihre Wesensart, ihre Aussehen und all ihr Tun und Lassen entsprachen mehr einem Tier, das noch weit in seiner Entwicklung zurück ist, nur die Form war der eines Menschen ähnlich, und so kam es, dass man später diese Geschöpfe Vormenschen nannte, die aber keinen Vergleich aushalten konnten mit den Menschen, der im Besitz des freien Willens und der Erkenntnis war, die er nun verstandenmäßig auch recht nutzen könnte. Es kann auch nicht gesagt werden, dass sich der Mensch aus diesen Präadamiten erst entwickeln habe, da er eine Neuschöpfung gewesen ist, die Gott erst dann herausgestellt hat, als der ersten Urgeister viele ihrer Verkörperung hatten. Der Vormensch ist eine der vielen Schöpfungen gewesen, die alle ihren Zweck erfüllen müssten, dem später folgenden Menschen eine Heimstätte zu bereiten, die ihm ein sorgenloses Erderleben gewährleistete. Die Präadamiten waren jene menschenähnlichen Wesen, die darum nicht zur Verantwortung gezogen werden konnten, weil sie ein Tierleben führten, wo alle Instinkte zum Durchbruch kamen, die lange vor den Menschen auf der Erde lebten, die kein Ich-Bewusstsein hatten und nur in Gruppen leben konnten, die also nur dort anzutreffen waren, wo sie später einmal Menschen aufhielten, denen sie das eigentliche Gebiet vorbereiteten durch eine regelmäßige Tätigkeit. Sie war jenen Wesen angeboren und äußerte sich in der Obermachung weite Feldstrecken, in planmäßigen Ausstreuen von lebenswichtigen Substanzen und den Wiederernten solcher Landstrecken. Sie taten dies alles unbewusst aus einem Naturtrieb heraus, um sich selbst zu erhalten. Sie bekämpften einander und der Stärke siegte, und so trugen sie also auch dazu bei, dass sich immer wieder neue Geistwesen inkarnierten, wenn auch nur für kurze Zeit, wo sie ihre Stärke unter Beweis stellten, wo mehr oder weniger starke Triebe zur Geltung kamen, die immer schwächer wurden, je länger sie lebten und dann auch langsam zu der Reife gelangten, um nun die letzte Verkörperung als Mensch eingehen zu können. Also es bestanden schon lange vor den ersten Menschen, menschenähnliche Wesen, die aber in keinen Zusammenhang gebracht werden können mit den rechten Menschen. Sie waren wohl in ihrer Außenform ihnen vergleichbar, sie hausten aber wie die Tiere, sowohl in ihren Trieben als auch in der Fortpflanzungsart, die sich entwickelten ihrer seelischen Substanz nach und gehörten auch zu den vielen Schöpfungswerken, die wieder verschwanden, wenn sie ihre Erdenaufgabe erfüllt hatten und also die Wesen keine solche Schöpfungen mehr benötigten und die nun restlos ausstarben wie so viele Schöpfungen, die eine Zeit lang die Erde barg und dann wieder neue Schöpfungen Platz zu machen. Es kann aber nicht gesagt werden, der Mensch ist seine jetzige Form, habe sich entwickelt aus diesen vormenschlichen Schöpfungen, sondern er war und ist eine neue Schöpfung mit freiem Willen und Verstand begabt, die sich nun bewähren müsste, also auch das Ich-Bewusstsein zurückerhielt. Bis zum welcher Grade jene Präadamiten auch über eine gewisse Intelligenz verfügen konnten, war lediglich von dem Reifegrad der in ihnen sich bergenden Seelenpartikelchen abhängig, die aber nicht denkfähig waren und jene Intelligenz nur in der schaffenden Tätigkeit zum Ausdruck kam, also unbewusst geleistet wurde. Und diese Tätigkeit hat aber auch die größten Wunderwerke geschaffen, wie diese oft in der Natur zu sehen sind, dass sich Wege bildeten, wo diese Wesen zueinander gelangen konnten, dass sie Schluchten und unterirdische Gänge schufen und so also für die Menschen erst die Vorbedingungen geschaffen haben, dass diese dann das rechte Leben führen konnten, als die Zeit gekommen war, wo sich die ersten Ohrgeister als Menschen verkärben konnten. Je mehr sich nun die Menschen verbreiteten, desto mehr gingen auch die Vormenschen zurück, was sich zwar immer nur stufenweise vollzog, bis dann das Menschengeschlecht die Erde belebte und für dieses die Probezeit begann, wo nun an jeder einst gefallene Ohrgeist sich bewähren sollte, darum aber der Mensch auch mit dem Ich-Bewusstsein, Verstand und freien Willen ausgestattet sein muss, um nun den Weg über die Erde zu gehen, der ihn wieder zurückführt zum Vater, von dem er einst ausgegangen ist. Amen.